Hallo in der elementaren Musikpädagogik der Simon-Mai-Sing-und-Musik-Schule in Ingolstadt. Hier in diesem Raum sehen Sie eine musikalische Spielwiese und so ist es auch gedacht. Hier können Sie nämlich mit Ihren Kindern, die im Alter von sechs Monaten bis vier Jahren sind, gemeinsam singen, tanzen und musizieren in angenehmer Atmosphäre. Im Raum nebenan findet der Unterricht für Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren statt, allein, ohne Eltern. Für die Vierjährigen ist der Kurs auf zwei Jahre angelegt und beinhaltet Tanzen, Hör- und Stimmbildung, Instrumentenbau und Instrumentenkunde, Mal nach Musik, Sormisation und Notenlehre. Hier sehen Sie schon die verschiedensten Instrumente. Ab sechs Jahren gibt es die musikalische Grundausbildung. Das ist vor allem toll für Kinder, die noch zu jung für ihr Lieblingsinstrument sind oder einfach Musik machen wollen, ohne sich auf ein Instrument festzulegen. Wer hier ein Jahr mitgemacht hat, kann hinterher die Noten im Ensemble spielen, hat eigene Instrumente gebaut und viele Instrumente kennengelernt, eigene Lieder und Musikstücke kreiert und komponiert und hat viel Spaß gehabt, gemeinsam mit anderen zu singen, tanzen und musizieren. Ab diesem September gibt es für Kinder von sechs bis neun Jahren noch einen neuen Kurs, nämlich Kinderchor mit Percussion. Auch der findet hier statt. Der Schwerpunkt in diesem Kurs liegt vor allem auf der Stimmbildung und der Begleitung mit Percussion-Instrumenten. Neugierig geworden? Dann melden Sie sich an bei der städtischen Simon-Mai-Sing-und-Musik-Schule. Wir freuen uns!